Geiler Zocker, ey. Sympathisch. Oh, unser Parking-Spot. Fahren Sie! Junge! Kann ich nicht. Mein Gott, der steht da seit 10 Stunden. Ist egal. Junge! Was wird das hier? Was machst du denn? Ach, du Heilige. Oh, Alter. Was bremst der hier so? Junge, wer steht der? Irgendwie mag ich den Honda. Sagt kein Mensch der Welt. Doch. Guck mal. War vorbei. Oder doch nicht. Oh, das sieht so bescheuert aus von hinten, was der da tut. Egal, mein Safe-Rating ist gestiegen. Das müssen wir ändern. Oh, nee. Ich wäre für ein Revive von McLaren Tut. Oh, ich bin auch dafür, dass man TH jetzt einfach auslässt. Alter, du dumme Sau. Als ob das noch funktioniert hat. Junge, das war eine saftige Life. Ich weiß, was Erik vorhat. Ach ja, weißt du das? Ach ja, weißt du das? Halt, Jo. Was ist denn mit dir? Du bist schon wieder mitten in der Kurve, Mann. Ich bremse nicht. Der Honda will da einfach nicht durchfahren. Ja, ich auch bremse nur Kurbelmeister. Ich bin ein fairer und guter Fahrer wieder. Ohne rein da. Leute, was macht ihr da? Oh, warte. T1 fällt aus, ne? Gammal, halt die Hand fest. Oh, sauer. Halt die schon. Der fährt einfach mit geradeaus. Oh, nein! Nein! Wie lange ist das Rennen? 20. Also zwei Runden. Ich mein, wir könnten uns auch mal anstrengend versuchen, ein ordentliches Rennen zu fahren. Ohne jemand rauszukägeln und einfach mal bis zum Ende fahren. Das würde aber auch beinhalten, dass wir uns gegenseitig nicht rauskägeln. Also, nein danke, abgelehnt. Wie wärst du damit, wenn du dich von allen Pferden hältst? Weil tendenziell... Weil tendenziell bringst du alle um. Nee, 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 nee. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich! Ich bring immer nur Gammal um. Oh, noch keine Schimmerhuchebremse. Ah, meine Hand, Alter! Aua! Ja, aber wirklich. Also, du bringst Gammal halt wirklich um. Wir geben halt auch echt wirklich die Hand um. Oh, Gammal, da bist du ja. Hi! Pistisch. Nein, ich seh dich. Gammal Wiese. Hauptsache, du war Liebling, der ist mir egal. Jansky, du Kunde. Hau ab! Was ist denn? Das ist unsere Wiese. So, ciao Erik. Alter. Lass mich doch einmal über die Wiese fahren. Alter! Ach, du Heilige. Ach, fahr doch, fahr doch. Hallo, warum muss ich hier lupfen? Hallo! Alter! Loil, ich bin tot. Sollt ihr alle tot? Nein, ich bin runter. Ja, mich hat einfach dieser Benz da rausgedrängt. Ohne Grund. Oh, ich hab da gedreht. Wie war das gerade nochmal? Ja, ich bring ja keine um. Top. Digga, bist du eigentlich kernbehindert oder was? Ja, top, Alter. Danke für dich. Ja, top. Mein. Ich glaub, Gammal wurde getötet. Junge, ich kann nicht wieder nicht geradeaus fahren, der Kerl. Kann man denn so behindert sein? Very sorry, schreibt er. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach, beim Endlooker. Oh, über die Wiese. Oh, oh. Oh, okay. Und wieder quer. Und wieder quer. Und wieder quer. Und abstellen. Hey. 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 Suchen wir 209-Server oder? Hey, Janski, was ist das gut da gemacht? Wir reden nicht, oder war? Ja. Labert mich immer voll mit Dirty Driver. Sauber, Janski, hast du ja getötet, ja. Junge, er schiebt einfach den Immenskontent in die Leitplanke. Sauber, Janski, hast du ja getötet. Ja, ich hab was versucht, aber es hat nicht so wirklich funktioniert. Sauber, Janski. Es hat nicht funktioniert. Ich fahr im 4. Richtiger BOP-Fahrer. BOP-Fahrer dürfen abgeholzt werden. Oh, und rein da. Oh, und rein da. Ach, Gammal fährt wieder BOP-Audi. Okay, okay, Gammal ist im Abschluss freigegeben, offiziell. Hä? Bist du beschissen, oder was? BOP-Audi vor allem, Alter. Junge, der Porsche hat den Abstand am besten hier. Ja, und danach kommt der Audi. Oh, leise, bitte. Hallo, der kommt hier aus seiner fliegenden Runde. Hallo, hallo, Leute. Janski. Achso. Hey, doch, das warst du, Lord. Ja, natürlich, weil ich tatsch. Ich dachte schon, dass wir hier oder anders hätte noch ankamen. Ach, ich bin nur auf zweier Bremsen gefahren, deswegen flus' ich da nicht. Ja. Es wird wohl letztes Rennen mit diesem Honda hier werden. Auch. Ben ist eine Honda-Karriere, ja. Jupp. Hat er echt lange gehalten. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Edi von dir. Oh, Alter. Doch, Alter. Ich finde das, Alter. Gerade waren Kopfschmerzen weg. Jetzt sind viele da, Alter. Oh, Mistplage, Alter. Hallo. Warum warten hier einfach alle? Hä? Keine Ahnung. Die wollen alle Publikales machen. Die wollen alle hinten dabei sein. Green, green, green. Erik, brauchst du einen Boost? Der Bank! Ich schneiss nicht! Uaus im Booth! Ich mache es nicht! Oh, der Bass! Looooool! Und wen trifft es natürlich wieder? Mich! Loll! Bay Blade! Alter, seid ihr alle beschissen immer. Ach, warum steht denn Benz square? Ach, warum stehen jetzt zwei Autos square, Verschrecke? Der McCloud, der Jansky weggetrommelt hat, einfach blieb stehen. Ich konnte nur noch geradeaus bremsen, bin einfach nur in den Reihen gerutscht. Mein Auto ist krumm, wird krumm. Das sah auch so aus. Junge, der hat dich aber gut getroffen, Alter. McCloud, blablabla! Junge, was bist du eigentlich, das neue Ich. Ja, manchmal. Gamball von Wish. Kleine Verteile wie eine Seegurke. Hallo, ich will dich nicht drehen. Verlass es. It's Auger, it's all Auger now. Auger-Rotniker vielleicht. Ja. Junge, wo soll ich eigentlich hinfahren? Ich hab ewig keinen Grip mehr auf der Vorderachse. Meine Güte, ja ich hab da schon geluppt. Du gibst ja doch so'n Bodycheck mit. Ja, aber ich hab überhaupt keinen Grip mehr auf der Vorderachse. Und einer. Oh, ich hab keinen Grip auf der Vorderachse. Oh nein. Ist ja kein Problem, ich auch nicht. LOL, hör auf mir in die Seite zu fahren, meine Güte. Du fährst mit an die Seite. Nein. Ja. Okay, wie oft soll ich hier jetzt sterben? Ja. Das hört sehr geil. Warum hab ich hier Setups miteinander? Hä? Außer CDA. Hä? Weil du ein geiler Zocker bist. Von 2020, ja Moin. Die funktionieren noch Kappa. Jetzt fährt ihr hier die nächste WOP-Schleuder. Marcello-Linie! Alter! Ich hab Angst! Und Flau. Nein doch, nicht Flau. Alter, nicht mal Ansatzmeister. Na doch. Na doch. Na doch. Kürzlich wieder ein Bustop über die Wieser und dreh wieder ein. Ach du Heilige! Ist der da Vollgas? Oh Alter, was? Ja natürlich. Oh. Ich hab vergessen, dass man McLaren bremst. Bremsen hat. Bremsen hat. Bremsen hat. Bremsen hat. Gibt's nicht. Oh ey! Marcello-Linie! Oh, McLaren hat auch keine Bremse. Leute, ich warte euch schon mal vor. Ich hab keine Ahnung, wie sich dieses Auto in Eau Rouge verhält. Ach du Heilige! Alter! Ähm, jetzt geht's? Ja. Soviel zu dem Thema. Anyway. Alter, warum steht hier ein Lambo? Das geht ja noch. Da brauch ich ja gar nicht so viel Lenken. Ist ja geil. Ja, war der für nicht Lenken. Richtig. Und das ist jetzt mein neues Main-Auto geworden. Digga, aktuell, du stellst da ein paar dumme Sachen ein und plötzlich... Joa, joa, ich hab jetzt... Lolli, Regga. Was ein Helder. Ich hab ihn gefangen noch. Irgendwie. Alter ist hier Chaos. Ach du Heilige. Ich hab nur gesagt, das ist ein Acht. Ach du... Nein, wer kommt der denn jetzt doch? Nein, du dumme Sau. Pass aus. Komm, fahr Porsche. Nein. Okay, dann schieße ich gern mal ab. Hallo, warum kann ich hier nicht flat durchfahren? Alter, mach auch ein Spiel. Äh, äh, Leute. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, top. Honda wird doch nicht meine Main-Karre. Wer hätte es geahnt? Irgendwie will er nicht so durch Blausch die Maul. Ein schöniges Moving Under Braking, Kunde. Könnte nicht sein. Und ein paar BMW-Opfer. Ah, geiler Rejoin, du. Kauf dir ne ordentliche Internetleitung. Dann kommt deine Beleidigung auch hier an. Hahahaha. Internet hat für ihn geblieben. So ist die Junge. Aber die wohnt mit dem Upgrade zerstört. Hallo Biermann. Nein, nein, nein. Oh, ey. Der haut mir nicht ab. Ich bin aber in der Box, könnt ihr eine 5-sekündige Full-Cost-Yellow einleiten? Nooo! Nooo! Was macht ihr? Njugo, du hast doch gesagt Full-Cost-Yellow, Alter! Njugo, wie kann der das denn? Njugo! Oh, da wusste ich einfach, du... Ey, das war mein... Lol! Ja, Karma! Lol! Doppel-Karma! Anfänger! Oh, und? Ganz gedreht! Das ist auch ohne GT4-Chaos! Deswegen, also... Irgendwie... Warum ist Zip-Short eigentlich gerade? Digga, das ist nur bei dir! Bei mir geht alles perfekt! Halt öfter! Halt öfter! Hey! Ich hoffe, das geht's besser! Junge, wieso hab ich nur noch 200? Lol! In der Box! Hey! 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 Ich hab doch auf fahren gedrückt! Hey! Nein, hast du nicht! Doch! Ja, offensichtlich nicht! Der Grab fällt irgendwo aus gerade! Hallo! Noll! Was macht der Honda? So, ich nehm doch ein anderes Auto! Bock mehr auf den Honda! Honda-Projekt ist gestorben! So, ich hab gedacht, du wärst das in dem Honda! Hahahaha! Ich fahr dem da ultra nah an der Seite! Hahahaha! Hahahaha! Ich dachte, du wärst das! Hahahaha! 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 Hahahaha!